So, hallo Helmut, da sind wir wieder. Thomas, der Beste ja. Pass mal auf mit dem Weinle. Am besten mischt man ja mit dem Wein folgendes. Man mischt die Flasche ab. Holten wir mal heute das Flächelchen. Weißt du, so ein Drehverschluss hat ja einen riesen Vorteil, weil da schmeckt nicht nach Kork. So, jetzt schenken wir mal das Gläschen in. Wie man geleert hat, dann hält man unten am Stängelchen. Und jetzt gucken wir erst mal, was der für eine Farbe hat. Gucken wir mal. Grün-Gelb, Stroh-Gelb, Hell-Gelb oder Bernsteinfarben. Um das richtig erkennen zu können, hält man Weißblatt, hält das daneben. Und da sieht man hier eine wunderschöne hellgelbe Farbe, die einfach sensationell aussieht und die man sich einfach in der Mund schütten will. Ja, jetzt gucken wir mal mit der herrlichen Farbe. Und jetzt muss man das so ein bisschen schwenken. So. Und dann entwickelt sich das Aroma und der Duft wird freigesetzt und da kann man da oben die Nase mal dran halten. Jetzt gucken wir mal. Boah. Und wenn der ein guter Wein hat, dann ist er doch ein guter Wein, verstehst du? Und der Hei, der duftet blumig. Apfel ist drin. Apfel. Würzig. Weißt du was? Ich muss den gleich mal probieren. Der riecht schon so gut. Superbein. Superbein. Superbein.